Oktober 1941. Das ist unser Boot. U96. Vollständig ausgerüstet. Bereit zur Jagd auf englische Versorgungsschiffe im Atlantik. 50 Mann. 50 zu früh gealterte Männer. Die erste Nacht an Bord. Das ganze Boot zittert in feinen Schwingungen. Gestank liegt in der Luft. Körpergeruch, Messing. Ich wusste gar nicht, dass Messing einen Geruch hat. Und auch nicht, dass man Angst riechen kann. Kein Lebewesen existiert hier außer uns. Mir ist, als trieben wir schon 100 Jahre dahin. Sind wir die Alten noch die Gleichen? Das ist eine große Überlegung. Das ist die Nummer 1. Ich bin die Hüste. Was für die Fluss und die Fluss. Ich hab die Fluss. Once in der Fluss. Das ist all die Fluss.